Hallo zusammen, herzlich willkommen zurück auf dem Crash Academy Channel zum nächsten Teil unserer Einsteiger Guides für Star Citizen Alpha 3.1. Ja, in der ersten Folge zu den Einsteiger Guides haben wir uns um den Arena Commander gekümmert. Dieses Video könnt ihr euch gerne angucken, denn gerade für den Start ins Spiel und das Kennenlernen der Flugmechanik bei Star Citizen, die ja durchaus ein Alleinstellungsmerkmal darstellt, könnt ihr euch da am besten informieren und vor allem dort am besten ins Spiel starten, wenn ihr den Arena Commander nehmt und das könnt ihr euch wie gesagt in dem Video angucken. Jetzt wollen wir uns mal um das nächste Spielmodul kümmern und das ist Star Marine. Genau wie der Arena Commander ist Star Marine auch eine eigene Software in der Software sozusagen. Hier zeichnet sich eine Ingame Firma von Star Citizen in der Lore verantwortlich, die Interdimension Software heißt und die haben sozusagen Star Marine innerhalb der Galaxie von Star Citizen in dem Universum programmiert und als tatsächlichen FPS-Shooter rausgebracht. Übrigens, wenn man der Lore folgen möchte, so als kleine Mitinfo, tatsächlich nicht ohne Kontroverse. Genauso wie es heutzutage bei uns über die Killerspiele geht, wurde auch in Star Citizen Lore darüber berichtet, dass Star Marine ja extrem brutal wäre und außerdem, dass es sich ja da um reale Schauplätze und Gegebenheiten handelt, die in der Realität tatsächlich so ihre Schwierigkeiten hatten in der wirklichen, ja, Lore von Star Citizen. Die haben sich sozusagen für das Spiel Dinge rausgenommen, die in der Lore auch so passiert sind und haben daraus ihre Map gebaut, die Leute von Interdimension. Und da kann man durchaus sagen, dass das einen sehr kritischen Pressewiderhall gab in der eigenen Lore von Star Citizen. Ja, das also nur zur Info, aber ansonsten ist das Ganze eben ein einzeln gestelltes Spielmodul, unabhängig vom Persistent Universe und unabhängig auch vom Arena Commander. Und hier geht es im Gegensatz zum Arena Commander, wo es ja um die Flugsteuerung und das Erlernen auch des Fliegens bei Star Citizen geht, um den First-Person-Shooter-Anteil und zwar quasi den reinen First-Person-Shooter-Anteil. Wir haben hier auch wieder die Möglichkeit, in die Leaderboards zu gehen. Genauso wie beim Marina Commander gibt es natürlich auch hier Saison für Saison an Leaderboards und an den besten Listen, an denen ihr euch natürlich beteiligen wollt und könnt, wenn ihr intensiv Star Marine spielt. Ansonsten gibt es hier noch die Loadout Customization. Das ist ein Thema, das gucke ich mir gleich nochmal genauer an mit euch, denn hier könnt ihr sozusagen festlegen, was euer Charakter, euer Avatar mit in das Matchen mitnehmen soll. Welche Rüstung, welche Waffen und so weiter und so fort. Aber vorher gucken wir uns nur noch mal genau an, was es denn für Spielmodi gibt. Wir haben also einmal den Private Custom Match, den kennen wir vielleicht schon aus dem Arena Commander. Ist ein privates Spiel, was ihr hier aufmachen könnt. Und hier gibt es zwei Modi und zwar Elimination und Last Stand. Findet man über den Multiplayer gleich ganz direkt. Beide Spielmodi sind sehr unterschiedlich voneinander und ich werde sie gleich nochmal beim Multiplayer genau erklären, was der Hintergrund jeweils ist. Und es gibt auch hier zwei Maps wie beim Arena Commander, nämlich einmal die Station Damien und einmal die Station Echo Eleven. Echo Eleven, eine alte große Mining-Station. Station Damien ist eigentlich eine Sicherheits- und Transferstation gewesen, die eben in der Lore zum Schauplatz eines ziemlich üblen Massakers geworden ist, weshalb eben dieses Spiel in Star Citizen auch in die Kritik geraten ist. Ja, dann habt ihr also hier die Möglichkeit, wenn ihr Last Stand auswählt, da spielen zwei Teams gegeneinander. Diese beiden Teams zu füllen, nämlich mit Leuten, die ihr einladen könnt als Outlaws oder eben als Marines. Das Ganze eben entre nous, das heißt ganz unter uns, ohne dass andere Spieler irgendwo von der Welt damit reinjoinen können. Und ja, ansonsten, wenn ihr Elimination auswählt, das ist sozusagen jeder gegen jeden, der Battle Royale von Star Marine. Dort könnt ihr auch die Leute einladen, eine ganze Menge übrigens, und dann zusammen ins Spiel gehen. Und dann heißt es, wie gesagt, jeder gegen jeden. Ja, ansonsten könnt ihr jetzt das Ganze customisen. Also ihr habt jetzt hier ein Customizer-Tool. Das sieht übrigens genauso aus, wie das später im Mobi-Glas im Persistent Universe. Das werdet ihr dann bei dem Einsteiger-Guide dort kennenlernen, wie das Ganze übers Mobi-Glas geregelt wird. Und hier ist es sozusagen dann dieses Äquivalent für Star Marine. Und der Witz ist übrigens, dass die Waffen, die ihr euch im Persistent Universe kauft, dort in den Shops, die sind jetzt dann automatisch auch in Star Marine verfügbar. Das heißt, ihr könnt sie euch im Persistent Universe kaufen. Und da ja da nicht unbedingt dieser direkte Kampf gegeben ist, passiert mal, aber ansonsten ist es ja eher so, dass man im Grunde genommen sich mit den Waffen eher verteidigt, als direkt ins Gefecht zu gehen. Das könnt ihr dann hier ausprobieren. Und das ist natürlich ein sehr, sehr guter Faktor, denn auf diese Art und Weise könnt ihr die verschiedensten Waffen, die es alle bei Star Citizen schon gibt, euch im PU Stück für Stück zusammen kaufen und dann gucken im Star Marine, was ist denn gefällt euch am besten und wie rüste ich meinen Charakter später im PU am besten aus. Das bedeutet, hier könnt ihr also die Waffen entsprechend auswählen. Ihr könnt also sagen, was ist sozusagen die Hauptwaffe, die ihr dabei habt. Das wäre jetzt in dem Fall hier die P4 von Bering, Maschinenpistole sozusagen. Man kann es hier auf dem Rücken sehen. Ansonsten könnte ich diese auch tauschen gegen zum Beispiel die Custodian SMG oder was mir sonst hier noch so gegeben wird, sind ja ein paar Farben zur Verfügung. Genauso wie die Pistole. Auch hier kann ich sozusagen auswählen, dass ich zum Beispiel die ballistische Pistole haben möchte und diese an dem Charakter haben will, damit ich damit ins Spiel starte. Ansonsten gibt es jede Menge Rüstungen, die man hier aussuchen kann und auswählen kann. Und diese sind natürlich auch so gemacht, dass ihr sozusagen immer die Möglichkeit habt, sie einzeln zu kombinieren. Das heißt, Helm kann ein anderer sein als die Torso-Panzerung. Die Arme kann was anderes sein als die Beine. Zum Beispiel könnte ich mich jetzt hier komplett mal ganz bunt anziehen. Ich klicke jetzt hier einfach mal irgendwas an, wo ich hier gerade so Lust drauf habe. Und dann sehe ich auf einmal so aus. Ja, mit einer völlig anderen Rüstung. Kann man also einfach testen und gucken, wie man Lust drauf hat. Und dann kann man auch festlegen, wofür dieses Loadout benutzt werden soll. Nämlich entweder für Elimination oder eben, wenn ich Outlaw bin bei Last Stand oder wenn ich Marine bin bei Last Stand. Und zuletzt findet ihr auch hier nochmal Angaben über die jeweiligen Rüstungsschutz, den die Sachen bieten. Also zum Beispiel hier 60% Damage Reduction, die sich hier sozusagen verändern. Hier sind es nur 20%. Ist halt eine leichte Panzerung. Ist ja auch nur bei den Armen so. Und am Ende, wenn ihr ausgewählt habt und sagt, jetzt bin ich richtig, dann könnt ihr natürlich auf Safe Changes und Equipped gehen. Ihr habt dann noch zwei Dinge, die, oder ihr habt dann noch eine Sache, die auch noch wichtig ist. Und zwar natürlich die Utility. Da haben wir hier einmal die Möglichkeiten, Granaten mit ins Spiel zu nehmen. Bei Star Marine absolut zu empfehlen. Ganz, ganz wichtig. Und außerdem könnt ihr Matpens mitnehmen. Auch hier, je nachdem, wenn ihr eine größere, schwere Rüstung antragt, könnt ihr bis zu zwei mitnehmen. Und die sind auch sehr, sehr wichtig, weil ihr die euch in den Arm hauen müsst, wenn ihr verwundet seid. Das ist momentan die vollständige Heilung, die es beim Star Citizen im Spiel gibt. Auch natürlich dieses Schadens- und Heilungssystem in der allerersten Iteration. Das wird später sehr viel komplexer bei Star Citizen. Aber für Star Marine soll es auf jeden Fall so reichen. Und theoretisch könnt ihr auch noch Oxypens mitnehmen. Die würden euren Sauerstoffvorrat erhöhen. Wieder, wenn er zum Beispiel sehr niedrig ist. Aber für die Star Marine Matches braucht ihr die normalerweise nicht. Ja, also das könnt ihr jetzt hier über den Loadout Customizer machen. Und wie gesagt, denkt dran, alle Waffen, die ihr im Persistent Universe kauft, sind dann auch hier verfügbar. Ja, und damit gehen wir noch mal kurz zum Multiplayer, um uns das noch mal im Detail anzugucken. Wie gesagt, zwei Spielmodi, die wir hier haben. Last Stand ist so ziemlich der beliebteste momentan, denn hier spielt ihr auf entweder der Station Damien oder ihr spielt auf Echo Eleven. Und es gibt insgesamt vier Terminals, die alle von Alpha, Bravo, Charlie und Delta bezeichnet sind. Mit Alpha, Bravo, Charlie und Delta bezeichnet sind. Und diese vier Terminals gilt es unter seine Kontrolle zu bringen. Ist also quasi so ein bisschen, bisschen Capture the Flag. Im Grunde genommen mehr, ja, Capture and Hold, wenn man so will. Man muss also zu diesen Terminals hin. Sie hacken. Das dauert eine gewisse Zeit. Und wenn man sie gehackt hat, kriegt das eigene Team, in dem man ist, entweder Marines oder Outlaws eben entsprechend mehr Punkte. Und wer am Ende am meisten Punkte zusammen hat, der gewinnt das Ganze dann. Ihr seht also, es gibt eine Target-Score von 250 Punkten, die erreicht werden muss. Und zwar innerhalb von sieben Minuten. Das Ganze geht also ziemlich fix, denn auch durch Kills und ähnliches macht man Punkte. Also Verwundungen, Schaden, die man macht, werden auch vom Team Punkte gemacht. Und das bedeutet eben, wer es am besten koordiniert schafft, diese vier Terminals, die über die Map verteilt sind, unter sich aufzuteilen, so zu kontrollieren, dass das eigene Team sie möglichst alle besitzt. Und dann auch noch die meisten Kills machen. Dessen Team gewinnt dann relativ fix. Ja, und natürlich ist das hart umkämpft. Und gerade die Station Damien und die Multiplayer-Map sozusagen als Last-Stand-Map ist da sehr, sehr beliebt und funktioniert auch sehr, sehr gut in der Regel. Da kann man eine ganze Menge Spaß bei haben. Übrigens, auch hier ist Star Marine noch nicht ganz bugfrei. Das muss man leider sagen. Denn an der Stelle kann man nur erwähnen, dass es zum Beispiel durchaus gerne genommen ist, dass er einfach seine Waffe wegsteckt, während man läuft und mir sie dann irgendwie wieder ziehen muss, sehr relativ schnell mit der Taste 1. Oder dass solche Dinge passieren, dass man hängen bleibt, passiert relativ häufig noch irgendwo an der Stufe, an der Ecke, an der Kante. Da muss man sich dann noch mit abfinden. Es ist halt auch noch eine Alpha-Version. Aber das ist auf jeden Fall ein Spielmodus, der sehr viel Spaß bringt. Und auch viel Spaß bringt vielen Leuten der Elimination-Spielmodus. Hier heißt es dann jeder gegen jeden. Hier gibt es keine Terminals oder nichts anderes. Und hier gewinnt einfach ganz simpel derjenige, der am meisten Punkte bzw. am meisten Kills hat. Denn da ist einfach ein Zeitlimit von 10 Minuten. Alle verteilen sich überall quer über die Map. Und wer jemand anderem über den Weg läuft, der sollte als erster geschossen haben. Denn ansonsten hat man unter Umständen den Fall, dass man selber erschossen wird. Hier geht es wie gesagt darum, dass man möglichst viele Kills innerhalb dieser 10 Minuten erreicht. Und auch hier bietet es sich sehr gut an, verschiedene Waffen und verschiedene Gangarten, Bewegungsarten und ähnliches auszutesten. Ja, wir werden uns das natürlich auch nochmal im Detail angucken, was die Steuerung angeht, wenn wir in unsere Tutorials gehen. Hier solltet ihr jetzt erstmal erfahren, was gibt es grundsätzlich bei Star Marine zu erleben. Wozu gibt es die verschiedenen Spielmodi? Und, das hätte ich jetzt beinahe vergessen, im Multiplayer kann man auch Rental Equipment Creds verdienen jetzt seit Neuestem. Das heißt, hier kann man auch bei Star Marine jetzt genauso wie im Arena Commander mitspielen. Und für jedes Multiplayer-Match, was man macht, kriegt man dann REC. Und die wiederum kann man dann auf der Website einsetzen, um sich zum Beispiel Schiffe, Waffen oder Ausrüstungsgegenstände zu leihen. Und diese dann wiederum in Star Marine und bei Arena Commander zu testen. Also kann man gut machen und ist eine sehr, sehr gute Sache, um ein wenig mehr ins Spiel hineinzukommen und zu gucken, ob einem vielleicht noch was anderes gefällt, außer dem, was man sowieso schon hat. Ja, soviel also zu Star Marine als zweites Modul. Und dann werden wir uns natürlich unabhängig vom Ship Customizer auch noch mit dem Persistent Universe beschäftigen. Das kommt dann auch als weiterer Einsteiger-Guide, sodass ihr da den ersten Start ins Spiel gut hinkriegt. In diesem Sinne vielen, vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt. Wir freuen uns wahnsinnig, wenn ihr uns unterstützt. Das könnt ihr gerne über ein Abo bei YouTube machen. Ihr könnt aber auch gerne bei uns auf Patreon vorbeischauen oder ihr abonniert uns bei Twitch. Das hilft uns auch sehr weiter. Gerade als Amazon Prime-Kunde kriegt man da ein kostenloses Abonnement. Einmal im Monat, was man erneuern muss. Und da freuen wir uns riesig, wenn ihr diesen Support bei uns lasst. Ansonsten freuen wir uns natürlich sehr über eure Kommentare und euer Feedback. Liked oder disliked die Episode, je nachdem, wie sie euch gefallen hat. Und wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid, seid ihr ganz, ganz große Klasse. Vielen Dank. Auf jeden Fall bis zum nächsten Mal und See you on the Flight Deck. Sawyer out. See you on the Flight Deck.